Also eins schon mal vorab, die Maus isst Käse, verstanden, die Maus isst Käse, tut mir schon selbst im Kopf weh. Moin, FlexDoc hier, zusammen mit der SteelSeries Aerox 3 Wireless. Dies wird ein sehr kurzes Review, weil die Aerox 3 Wireless so die schlechteste Maus ist, die ich 2020 in den Fingern hatte, schlecht oder gut, ist ja häufig Geschmackssache. Hier gibt es allerdings so viele No-Gos, dass man nur vom Kauf abraten kann. Direkt nach Anschluss der Maus bei Treiberinstallation wurde man schon aufgefordert, ein Firmware-Update zu machen, was nicht sonderlich vertrauenserweckend ist, direkt nach Erscheinen der Maus. Dann konnte man dieses Update nur abschließen, zusammen mit einer zweiten Maus, weil die Aerox 3 nicht mehr funktionierte, um das Update abzuschließen, so dass man die Schaltfläche beenden mit einer anderen Maus klicken musste. Das erste, was beim Testen der Maus auffiel, war, dass der Sensor sich sehr schwammig anfühlte. Man hatte den Eindruck, dass alles mit einer gewissen Verzögerung passierte und das stellte sich nachher heraus, dass das auch richtig ist. Weiter ging das Ganze dann bei den Switches. Die SteelSeries Maus hier hat so ziemlich die schlechtesten Werte im Human Benchmark Test mit 183 Millisekunden und das ist noch der beste Wert. Ich habe die Maus so oft getestet wie noch keine andere Maus im Human Benchmark Test, kam teilweise auf Werte über 220 Millisekunden. Das ist absolut indiskutabel im Vergleich zu einer Viper Ultimate zum Beispiel mit 153 Millisekunden im Durchschnitt. Ich habe gedacht, dass diese hohen Latenzen, die hier auftreten, kommen vielleicht durch die Funkverbindung, dass da irgendwas nicht stimmt. Deswegen bin ich hingegangen und habe sämtliche Störquellen hier versucht auszuschalten. Andere drahtlose Geräte, Klimaanlage ausgestellt. Aber das Problem war weiterhin, es ging einfach nicht. Also die Maus hat einfach eine riesen Latenz. Dann bin ich hingegangen und habe die Maus direkt in Betrieb genommen. Ich habe also das Kabel angeschlossen und das gleiche dann nochmal versucht. Und hier wurde der Human Benchmark Test dann ein wenig besser mit 176 Millisekunden im Durchschnitt. Also mindestens sieben Millisekunden besser, da es sich um Durchschnitt handelt. Sogar wahrscheinlich noch besser. Das ist natürlich auch kein guter Wert mit Kabel, aber zeigt schon, dass die Funkverbindung auf jeden Fall ein großes Problem ist bei SteelSeries. Ob das mit zukünftigen Firmware Updates vielleicht behoben wird, weiß ich nicht. Ich habe noch nichts gehört. Fakt ist, Stand jetzt hat diese Maus vom Sensor her, von den Buttons her eine riesengroße Latenz, die offenbar mit der Funkverbindung zusammenhängt. Der Shape der Maus erinnert stark an das Gehäuse der XM1 bzw. fairerweise muss man sagen, die XM1 erinnert an eine SteelSeries Maus, nämlich an die Rival 3 und dürfte der nachempfunden sein. Gleiches war bei der Aerox 3 Wohlvorlage, nämlich die Rival 3. Man muss allerdings sagen, die XM1 ist eine eindeutige Verbesserung gegenüber der Rival 3, was die Form angeht und auch erheblich besser dadurch wie die Aerox 3. Sie liegt viel, viel besser in der Hand. Und das Coating ist Lichtjahre besser als das der Aerox 3. Ganz ehrlich, diese Maus fühlt sich an, als käme sie gerade aus dem vollkommen ungeschliffen aus dem 3D Drucker. Sie ist scharfkantig, fühlt sich nicht gut an, ist rau und fühlt sich irgendwie unfertig an. Das Gewicht der Aerox 3 ist vom Hersteller mit 66 Gramm angegeben. Auf meiner Waage mit Eichgewicht wiegt die Maus 66,8 Gramm. Meiner Meinung nach rundet man zwar auf ab 66,5 Gramm, aber nun gut. So schlimm ist es nun auch, wenn er nicht. Die Maus fühlt sich allerdings schwerer an als 66 Gramm oder als 66,8 Gramm. Als Vergleich hierzu die Rocket Burst, die 69 Gramm wiegt und das auch wirklich tut, fühlt sich viel leichter an als die Aerox 3. Hier wird wahrscheinlich einfach das Balancing, die Gewichtsverteilung einfach etwas besser sein. Aber trotzdem unterm Strich die Aerox 3 ist eine sehr leichte Maus. Das ist zur Zeit die leichteste, soviel ich weiß, Wireless Maus in dieser Größe. Die Daumentasten der Aerox 3 sind grundlegend an der richtigen Stelle, sie sind gut zu erreichen. Allerdings sind sie viel zu schmal und sie haben eigentlich keinen richtigen Druckpunkt. Ich weiß nicht, ob man das hier hören kann. Es ist einfach, man weiß gar nicht, wann man die Maustaste gedrückt hat. Sie lässt sich zwar reindrücken, hat vielleicht auch nicht so sonderlich viel Pre-Travel, aber man bekommt im Prinzip kaum ein haptisches Feedback, ob man die Maus jetzt gedrückt hat oder nicht. Also Seitentasten würde ich auch als grottenschlecht bezeichnen. Also als Vergleich, wie eine perfekte Seitentaste zu sein hat, ist hier die XM1, die wirklich mit ganz geringen Daumen Bewegungen zu erreichen sind und man ein ganz klares haptisches Feedback bekommt, wann die Taste gedrückt wurde. Das Mausrad der Aerox 3 ist soweit okay. Es hat eine vernünftige Rasterung. Der Klick ist vielleicht etwas zu schwer, sodass man das Mausrad eventuell in Eifer des Gefechts dreht. Aber grundlegend ist es kein schlechtes Mausrad, auch nichts Tolles. Es ist okay. Die Mausfüße. Ja, also hier weiß ich wirklich nicht, was los ist. 2020, wie kann man bitte solche Mausfüße verbauen? Das sieht aus wie die Penüppel, die man eigentlich unter Tischbeine klebt, damit sie den Boden nicht verkratzen. Und genauso fühlt sich das hier auch auf dem Mausbett an. Ich weiß nicht, ob man das hören kann. Es hört sich an, als würde Schmiergelpapier über das Mausbett streifen. Und zu einer Zeit, wo jede Firma HK Gaming mit der Naos M zum Beispiel hier absolut sehr, sehr gute Mausfüße herstellen kann, verstehe ich wirklich nicht, wie man so einen Krampf hier veranstalten kann. Das ist wirklich, die Mausfüße kratzen. Sie sind ungleichmäßig. Das Mauspad reibt sich hier in, dann sieht es vielleicht am Rand, in. In die Mausfüße rein. Also, ich weiß nicht, was das für ein Material ist, aber es sieht wirklich aus, wie was man eigentlich unter Schränke oder unter Tischbeine klebt. Nach einer halben Stunde Meditation, damit ich mich nicht weiter aufrege. Nun ein noch kurzes Fazit für die SteelSeries Aerox 3 für 99 Euro. Eine Wireless Maus mit 66 Gramm klingt jetzt erstmal nicht so schlecht. Das ist die leichteste Wireless Maus bisher. Aber mit solchen Mausfüßen, mit den Latenzen bei der Funkverbindung, mit den schlechten Seitentasten, die überhaupt kein haptisches Feedback haben, mit der allgemeinen Haptik, die nach 3D-Drucker sich anfühlt, muss man ganz klar sagen, die 99 Euro sollte man sich sparen. Eventuell gibt es einen Firmware-Update, was die Funkproblematik, die Latenzen hier behebt. Das mag vielleicht sein. Andererseits ist es ja so, dass selbst wenn man das Kabel anschließt, die Click-Latency doch recht hoch ist im Vergleich zu anderen Mäusen. Und die ganzen anderen Punkte, wie das billige Material, die schlechten Seitentasten und die schlechten Mausfüße, kann man natürlich durch ein Firmware-Update auch nicht beheben. So, unterm Strich, es bleibt dabei, diese Maus ist Käse. Legs-Doc